So, hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem Infovideo bezüglich 5 Star Wrestling. Und zwar gibt es nach ein paar Wochen ohne irgendwelche Neuigkeiten mal wieder Neuigkeiten. Und zwar haben wir als erstes dieses Wochenende ein Video bekommen, wo man den Olympic Slam oder den Anger Slam vom Top Rope sehen kann. Performt von Curtis Angel, wahrscheinlich an Greg Hardy. Ja, kurzes Video, 8-9 Sekunden oder so geht es bloß lang. Mit Intro. Und leider gibt es dann auch noch eine nicht so erfreuliche Nachricht hinterher. Und zwar wird das Spiel 5 Star Wrestling nicht im Sommer 2013 erscheinen, also nicht vor dem 22. September. Sondern irgendwann danach. So wie es auf Facebook heißt, haben sie es nicht ganz geschafft. Sie haben jetzt halt zwei Möglichkeiten. Entweder sie nehmen ein paar Features weg und kriegen es trotzdem noch im Sommer raus. Oder sie releasen es etwas später und geben dem Team noch etwas Zeit, um das Spiel zu fertigen, was sie auch wirklich vorhatten zu erstellen. Ja, die haben dann die zweite Option genommen, so wie es hier heißt. Und tja, so ist es zu erwarten gewesen einigermaßen. Aber was will man machen? Ein gutes Spiel, ein gutes Wrestling Spiel braucht natürlich Zeit. Gut, was sagt ihr zu den neuen Infos? Schreibt es mir in die Kommentare und nicht vergessen, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und sonst noch irgendwas zu machen. Ist mir egal. Ansonsten, dass ihr seid. Euer Franz, euer Franz Zock. Bis zum nächsten Mal. Hau da rein. Und tschüss.